Und Willkommen zu einer weiteren Runde vor Honor zusammen mit Dalukat, mit Kötze, mit Liquid. Warum bist du so langsam geworden? Ich weiß ja nicht. Early access stopped working. Meinst du? Ich bin da grad nicht mehr early access. Herzlich Willkommen bei Slowboys Kanal. Oder in dem Falle eher bei Late Royale, ja. Weihnacht. Sexy Hexy Brücke Dexy. A einnehmen und dann schnell runterspringen, einer muss rechts das Tor zumachen, damit die auf jeden Fall mit ihr gehen müssen. Zone C verloren. Knapp. Ja. Komm mal über die Mitte. Haha, der eine kommt nicht raus. Muss ja nur den einen Pippen theoretisch nachlaufen. Oh, hi. Oh, hab ich da erstmal direkt eingesteckt. Ich hab einen. Ich hab einen. Das ist jetzt mein Punkt, der gehört zu mich. Weil er direkt einmal hochheilen. Korrekt einfach vorbeigelaufen und die Zone geklaut. Fuck. Kann er, lock die hier durch, Dalu. Ja, ich versuch. Jetzt. Achtung. Ah, schade. Schade. War knapp. Ja, ja. Okay. Aber. Hey. Was? Ich kann dich nicht, der Gegner kann dich nicht wiederbeleben. Bzw. Wird das nicht tun. Ich dachte, der wäre nur orange. Ja, sind wir nicht. Hast falsch gedacht. Ja. Entschuldigung. Nein, da sind noch einer dazukommen. Fuck. Jetzt bin ich zu gut wie down. Liquid. Oh. Aua, wie hat er mich kaputt. No. Boah, der hat ein halbes HP gehabt noch oder so. War dann nicht. Schön. Spielt ihr überleben? Nein. Warte, ich hab hier noch einen Moichelmörder. Den hau ich aber eben dumm. Ja. Den hau ich oben da, hallo. Nein, ich bin down. Ja. Heb mal den Link wieder auf in der Zeit, in der ich hier eigentlich schon mal. Ich hab sie verloren. Okay, helf dich nicht. Hab schon. Danke. Schau mal, die NPC-Line. Shit, ey. Ich bin jetzt in dem Match schon so oft gestorben, wie die letzten Runden zusammen. Da läuft einer durch zu uns ab. Ich mach das. Einer könnte irgendwie nach B gehen. Mach. Ich bin grad sowieso auf dem Weg nach A. Ich kann aufhalten, dass er einnimmt. Das sind jetzt frei Leute. Dann geh ich jetzt wieder. Und hol mir 10. Hey, hey, hey. Das ist auch noch einer. Alter. Tschüss. Alles klar. In der Mitte macht einer Action. Ne, zwei. Aber da wir jetzt auch wieder C haben, alles gut. Ja. Zone C eingenommen. Ich stehe am Hebel und guck mal, ob einer kommt. Das ist ja ganz witzig. Komm, so willst du das links vorbei. Das Amorei ist fast durch. Aber jetzt kommen sie schon wieder zu zweit gerade dann hier. 1. B. Ja, C. Ja, aber das ist ja okay. Die müssen ja auch zu zweit. Oh, ich hab drei. Ja, wir müssen an B jetzt holen. Oder B nur nicht dran halten. B wird jetzt wieder neu dran. Von Ärger ist alles in Ordnung. So, wir müssen jetzt wieder B haben. Okay, ich bin da. Die können ihren Typen eher auf uns wieder geben. Zone C verloren. Der ist egal. Ich weiß gar nicht, warum lag denn der Typ da? Hat die den umgebracht oder haben die den umgebracht? Vielleicht vergiftet oder whatever, runtergefallen. Hat ich den vergiftet? Ne. Probe ich nicht. Genau auffassen ist, dass keiner irgendwie nicht vorbeischleicht. Ah, hat er schön gemacht. No. Noch hat sich keiner vorbeigeschiechen, glaube ich. Okay, wir haben hier die volle Party laufen gerade. So, ich hau mein Teammate. Bei mir läuft das mal gehört. Kick. Ach, der will schubsen, glaube ich. Ja. Einmal Staueraufwand wieder. Zack. So, jetzt hat C jemand zugemacht. Das war aber nicht wir. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht. Ja. B, komm, geht mal rüber jetzt. Die ziehen sich zurück. Oh, lol. Der hat extra gewartet, bis ich da bin. Richtig. Vergiftet. Oh, genau jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, die... Nein, da war noch einer. Zone A verloren. Oh Gott. Der Schnee zum Mähn. Der hat keinen Ausdauergrad. Ja, ich muss trotzdem zurück. Oh, egal. Wir haben A verloren. Ja. Warum haben wir denn A nicht mehr? A und C sind beide weg. Das ist problematisch. Ja, ist ja auch jemand. Und ich bin fast tot. Ja, den krieg ich. Den krieg ich. Ich bin down. Oh, der hat mich gut gepackt. Das war okay. Äh, ja. So ein bisschen zu... Zone A eingenommen. Ja. Aber dadurch, dass wir A kurz hatten. Okay, das reicht mir. Das sind jetzt keine Points. Äh, bei C steht keiner. Dann sport ich mal neu. Mann, da wäre das A bei uns. Ich bin down. Ja, wir haben A. Krieg Liquid mich da hoch? Ja, du musst nur erst richtig schliegen, dass ich dich aufheben kann. Yay. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe jetzt. Geretzte Katze. Wow. B haben sie gerade. Ach, du bist hier oben? Ähm. Ja, gut. Ja, ich bleib. A. Ich block den. Ihr könnt euch im Rennrash umhauen. Ich dachte, die wär tot. Ja, naja. Ich kann dich nicht aufheben. Ich bin hingewiesen. Hebe dich gerade auf. Ja, ja. Oh, fuck. Ist jetzt langsam aber sicher kritisch. Achtung, Leute. Brand vor dem Dorf. Alles gut. Oh, er ist auch noch reingerannt. Der ist tot. Der ist blöd. Er ist auch tot. Okay. Können wir hinterher oder können auf C rennen. Ich bin schneller. Okay, dann komm ich mit. Ich hab das Gefühl, ich hätte gleich einen Kill. Bin mir aber nicht 100% sicher. Nein. Natürlich läuft er. Liegt dahin, wo er hin soll. Oh, er hat sich von oben angestrungen. Oh, ich hab die Tür zugemacht. Bleib mal noch hier drin, bis wir wenigstens 2 Punkte verlieren dürfen. Ja, jetzt. Oder 1.300. So, jetzt gehen wir auf die Jagd, oder? Oh, fuck. Wir können noch viel spawnen, oder? Ja, wir haben noch eine Kill. Die brauchen noch 100 Punkte, bis wir nicht mehr loskommen. Ja, ja. Aber dann heil ich weiter unseren Punkt hier oben. Dann komm ich kurz zu A, heilen. Du gehört mich so wiederbeleben können, ne? Echt? Schlechter Freund. Beide in der Mitte. Ich warte hier. Hab nix gehört. Ah ne, sind alle nochmal da. Ja, sind alle vier in der Mitte. Selbst wenn die aber B kriegen. Ab jetzt machen wir keine Punkte mehr. Das heißt, wir müssen uns trotzdem jetzt aber beeilen. Also los. Auf. Ja, ja, ja. Ich hab mal einen dem Tode gereicht. Damit die nicht in Sudden Death kommen. Genau. So. Oh, wer bleibt? Oh, oh. Bombe. Oh, ne, wir kleinen Soldaten. Ab einen. So. Hier können wir uns auch heilen. Warum ist der eigentlich die gesamte Zeit über dabei, mich zu ignorieren? Was soll das? Weil du für ihn keine Räder hast. Nein, er hat seinen Kumpel getötet, aber den hebt er wieder auf. Da war ein Teamkill. Ich habe keinen hingerichtet, das heißt alle die ich getötet habe, werden jetzt wieder aufgerufen. Das Problem ist, ich brauche die gerade leben. Heißt, ich habe drei Leute, also zwei Leute habe ich tot gehabt, aber wir sind gleich selber im Sudden Death. Ich bin tot, fuck, gerade in den Pfeilhaken. Dann lass es ablaufen, dann lass es ablaufen. Wie lange habt ihr noch? Könnt ihr wiederbleiben? Okay, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Alle zusammen jetzt. Ich bin gerade wieder im Kampf mit denen, weil ich noch nicht tot war. Und wo bist du? Oben, oben, oben hier rechts. Einer ist down. Wo ist der zweite hergekommen? Ich bin dran. Ich bin so gut wie down, ich bin so gut wie down. Alles gut. Ich glaube Liquid hat mich getötet. Einer ist runtergestreckt. Ich gehe da her. Einer ist da her. Ey, ey, lass mal das Seil hier im Tower. Du hast irgendwie die Möglichkeit mich zuwiderzubeleben. Aber jetzt gehst du deinen Getümmel. Ja. Ja, mach schon. Hier, für den Let's gibt es mit dran. Hey! Tschüss. Early Kolliterals. Jetzt spring doch mit rein. Feuer! Ja. Okay, jetzt im Tode geweiht ist er auch noch. Jetzt haben wir leider keine Chance. Tag. Wuh! Good struggle. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab sieben Soldaten in meinem Fall getötet. Ich bin voll der Mörder. Toll. Fünf, zehn. Fuckin' Kills, Alter. Das war krass. Das war sehr stark. Ja. Das war alles gut, Alter. War wieder. So, Prestige eins, Leute. Glückwunsch. Echt schöne Runde. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr ein Däumchen rum. Da schaut bei anderen vorbei. Die sind natürlich verlinkt in der Beschreibung. Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Bis dann. Tschüss. Hot Reim. Tschüss. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben Kanal abonnieren. Links unten gibt's geilen Merchandise vom Kanal von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken. Reinschauen. Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und ciao.